Come on, Wiener! Aber das gehört halt auch dazu zum Leben und ja, wir sind mitten drinnen in der Vorbereitung zum neuen Spielsaison, zur Rückrunde eigentlich und hat sich auch einiges getan, werden wir auch mal in einem Plauderstündchen besprechen, was sich so getan hat bei der Mannschaft und natürlich auch bei den Fans. Heute, meine Lieben, ist ein Testmatch und zwar gegen Wiener Viktoria, die sind ganz gut unterwegs, die spielen normalerweise eine Klasse unter uns, aber naja, die umstehen entsprechend eine Klasse über uns und zwar in der Stadtliga und dort, hört, hört, an der ersten Stelle. Also kann heute ganz interessantes Testmatch werden. Die Testmatches bis jetzt waren durchwegs interessant, die neuen Spieler haben sich ganz gut integriert in die Mannschaft und ja, man wird sehen, wie es dann bei der Meisterschaft läuft, aber wenn man sich das so anschaut, bin ich recht zuversichtlich, dass wir es dieses Jahr backen und aufsteigen in die Stadtliga und dann wird es ja auch nicht gerade einfacher, aber ja, schaut zumindest jetzt einmal sehr, sehr gut aus und heute gegen die Wiener Viktoria wird es einmal ein ganz interessantes, ein ganz interessanter Gradmesser werden, wie es ausschaut und wo wir stehen, beziehungsweise die Kampfmannschaft steht. Bei den Wiener Fans, ja, da hat sich auch einiges getan, da war jetzt einmal Stammtisch bei den Supporters, konnte leider nicht hingehen, war noch ein bisschen bedient und ein bisschen krank, bin leider zu früh raus, auch zu einem Testmatch und war dann am nächsten Tag leider fix und fertig, aber wir werden uns natürlich auch mit den Supporters ein bisschen unterhalten und und und, es hat sich einiges Neues ereignet und ja, es entwickelt sich ganz gut, auch bei den Fans in diesem Jahr, denn dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr, 125 Jahre, First Vienna Football Club 1894 und ja, ich denke wir Wiener Fans, wir werden da auch fleißig mitfeiern, beziehungsweise unseren Verein ordentlich huldigen und hochleben lassen, das ist natürlich ganz klar und Ehrensache. So, meine Lieben, Jungs, die wärmen sich schon auf, ich hoffe es werden auch einige Wiener Fans sich hier einfinden und unsere Mannschaft ordentlich unterstützen und ja, schauen wir uns das mal an. Also, Kammern Vienna! 결과ometrisiko ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Ja, das war das Testmatch gegen die Wiener Viktoria und 4 zu 2 gewonnen hier in der Spielmanngasse. Ja, es war ein schönes Spiel, es war gut kombiniert und die Burschen haben auch gezeigt, dass wir auch in der Wiener Liga ganz gut bestehen können. Es wird noch ein bisschen dauern, der Aufstieg. Das sieht gut aus, dass wir da im Sommer gewinnen werden und die zweite Liga verlassen und dann hoffentlich recht schnell in die Wiener Liga wechseln werden. Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video liked bzw. wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich recht zahlreich bei den nächsten Testspielen und natürlich nicht vergessen, die Meisterschaft beginnt Ende Februar am 23. Also bis dahin kamen wir ihn an.